Guckt mal unseren natürlichen Blick aus dem Fenster hier. Die Schafe, wo sind sie hin, da drüben? Die Schafe weiden hier am Boden. Und wir haben hier einen Blick auf den Boden. Hinten seht ihr dann vielleicht ein bisschen. Also wenn ihr denkt, ich gucke böse, mich blendet bloß die Sonne. Was? Nix was. Was soll was sein? Also wir sind jetzt hier mit frischer Batterie in Tissu am Strand. Noch nicht am Strand, aber wir gehen jetzt an den Strand und gehen dann ein bisschen am Meer lang und regen uns wieder ab. Genau, am Boden. Oder so? Nee. Boden ist da, Meer ist da. Meer ist da, Boden ist da. Und an meinen Füßen sind auch Boden. Natürlich. Der Blick. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gespürt. Also dann los. Auf zum Meer. Auf zum Meer. zum Meer. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018